hallo und willkommen zu neuen folge wir sind ja zu zweit auf dem absturz ja wir stürzen mal wieder ab da ist eine sächsische gans da reingeflogen warum denn eine sächsische gans die sagte passive und dann gab es ja da ist noch eine sächsische ganz pass auf meine versuch der schwarm einfach er soll ziemlich verteilt jetzt wollen wir diesmal bitte finden und diesen raum eröffnen direkt dann ja ja es kann ja nicht sein ich will diesen sicherheitsraum finden oder sind sicher um eröffnen hat das bisher nur in videos gesehen so eine waffenschrank von seinem ex-militär zu hause wo du sind ganz normal irgendwie bilder darauf stehen hast oder so bücher egal auf einmal fährt alles zurück und dann kommt also 30 jahren waffen vor so ist das also hast du wirklich eine große waffen auswahl oder wie ich weiß nicht was du davon nehmen kannst das weiß ich nicht mehr das andere ist so deko das war so ein richtige wepnen range ist auch nur so zwei drei waffen keine ahnung ich habe noch keine waffe gefunden hier wo eine mini mg die mg plays kommen wieder das schnellste nachladen ist so geil bei der mini zack zack rein fertig hier ist niemand du wirst nicht ohne mp hause jetzt ist es kein huhn mehr hast du gerade ein huhn erschossen äh nein sind wir oder was soll denn das also essen keine chicken nuggets töten besonderes fleisch für hp boost und so ach so ja hier medium improvement oder to all stats oder was soll das ja ja die stats müssen erhöht werden geht der da rein schnell ladenmagazin in mg wichtig und ist klar ich hab noch keine muni ich darf noch nicht nachladen ok so jetzt oh hier ist ein uzi ja weg dann ja ja ich glaub das ist schon deutlich schneller hier ist noch ein choke dass du eine shotgun hast ich hab keine shotgun das vierfach ist so hab ich auch schon aber ich nehme einen choke draußen mit sag mal was soll denn das eigentlich warum haben wir hierfür kein auto stellen hier ist wieder eine uzi alter mit klappschaft ich glaube ich spiele wieder mit der mp und bin sie nämlich auch mit ist die treppe außerhalb ja wow das kann ich mal mitnehmen was soll das was soll das kein auto auf der straße doch da am arsch der welt digga oh da hinten ach nee doch nicht beim palace na doch auf der anderen seite ist nichts hab ich grad auf den stein mit vierfach geguckt ja gut dann ab zum palace auf geht's auf geht's juhu Machen wir wieder einen auf der Z Ja Hätte ich auch mal Bock Ich mag dieses Du kannst mit anderen Leuten Gegen andere Leute spielen mit Zombies Und halt Die Waffen sind super selten Und du freust dich richtig, wenn du eine findest Sowas habe ich richtig Bock Ich glaube ich hatte Habe ich dieses Jahr auch schon mal wieder angefangen Echt? Und wie war? War ganz gut, aber Ist halt langwierig Das ist praktisch schon deutlich Cooler, einfach weil es halt schneller geht So bei der Z da brauchst du halt ewig Um irgendwas zu finden Und dann Plötzlich kommt irgendwer nach dich weg Das kann ein super schnell von mir sein Und der ganze Aufwand ist weg Das ist richtig Das ist praktisch ein ultra ekel Quasi wegen der Ja, du rennst und rennst in eine Zone Und dann Aber ab und zu kann man das ruhig noch machen Hast du das Auto? Ja Okay Warte mal, ich wechsle kurz auf Vector Hast du Hast du zwischen Weihnachten und Silvester Frei? Zwischen Weihnachten und Silvester Ja, da habe ich Urlaub Wenn du da auch Zeit hast Sonst könnten wir da mal der Sieg anfangen Weil das so ein bisschen braucht man da schon Sollte man am besten da auch ein bisschen dranbleiben Weil es lange dauert und so Da brauchen wir schon Zeit Auf jeden Ich wollte mit Süneke auch Dings Borderlands 3 spielen Aber ne, wenig Urlaubhafte haben wir Ne, alle Zeit der Welt So, bloß weg vom Palace Ich fahre mal ins nächste Dorf Tschüss, du Kackdorf Dass keine Fucking Autos hat Überhauptsache Tankstelle, ne? Mann, Mann, Mann Die haben Safety-Töpfe noch nicht aufgemacht Kann auch Bots gewesen sein Dann öffnet die nur und tut nicht richtig Wenn du um dich guckst Und auch so richtig krasse Sachen siehst Die nicht gelooted wurden Dann war das ein Bot hier Jetzt habe ich noch kein Zeichen gefunden Dass es ein Bot, oder? Hier hinten diesen Topf hier Hier ist geiler Shit drin Schnelles Nachladen Geil Probier's kurz aus Ja, easy Okay, ist ein Fenster auf Weiß nicht, ob du es durch Fenster klettern Was ist denn jetzt? Ist ja gerade viel grüne Money Ei, ei Da oben ein Graf Ja, da oben sollt er noch Ja, da oben sollt er noch Ja, da oben sollt er noch Ich vermute mal echte Spiele, aber ich habe jetzt nichts gesehen, was irgendwie darauf schließen lässt, dass das hier recht geloatet ist. Oh je. Oh je. Oh je. Noch vier Wochen arbeiten. Oh ja. Und danach habe ich Urlaub. Beziehungsweise noch drei Wochen arbeiten, dann ist die Party und danach noch eine Woche arbeiten und danach ist Urlaub. Danach Weihnachten, danach neues Jahr und auch. Die können wir ja zurückverfolgen, wann wir das Video hier aufgeben. Was ist denn das hier, was hier rumliegt? Ach, ein Rucksack, lol. Hier war ein Spieler schon. Du... Ah, okay. Nein! Ah, nein! Fuck! Ach Gott! So. Falsche Sache genommen, danach wieder die falsche Sache genommen und erstmal das ganze Inventar abgefuckt. Wunder. Charlie MP nehme ich auch sehr gerne an. Ist ein lieber Kompi. Also Kompi habe ich auch schon drauf. Ist auch eine Pistole. Äh, ich habe keine Pistole. Kann ich eine geben. Kannst du auch besser Auto fahren. Hier kommen wir mit rein. Ist immer safer. Und äh, hier 15 Kugeln brauchst du dafür. Ja, ich habe ja... Oh, nee. Na, oder zu. Das will es sich eigentlich ein bisschen verteidigen. Ich kann mich ein bisschen verteidigen. Dankeschön. Was ist das für ein Rucksack, Alter? Ja, ich war doch. Was ist das für ein Rucksack, Alter? Ich dachte auch, dass wir so ein Selbst-ARD oder so. Ja. Wird gescammed. Oh, C4. Oh. Auto? Bin? Hört hier vorne durch. Komm rein, Auto. Jo. Jo. Du hast die hinterher, ne? Ja. Obwohl, die wollen außerhalb der Zone irgendwo hin. Scheiß, Reisfelder hier. Wasser. Reiß ist gut, aber das nicht. Ja, aber nicht durchs Reisfeld zu fahren. Das ist ja egal. Ja. Wir fahren halt ganz woanders als die Zone ist. Bin ich so da fern. Oha. 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 Kann ich ein paar Spieler erkennen? Hallo? Hallo? Ah, da ist doch der Winkel. Jawoll. 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 Das wollen wir sehen. Jawoll. Engage. Engage. Sobald wir hier durch sind. Engage. Sind wir jetzt ja nicht. Ja, in der Mitte der Zone. Oh shit. Fahren wir ihn. Aber das Auto klebt auch echt an der Straße, ne? Ja. Nachdem du über Matsche gefahren bist, auf jeden Fall. Ja. In diesem Video Magnet. Weiß nicht, wo ich hingucken möchte. Ich würde sagen, wir nehmen das Auto hier. Oh. Jo. Da hinten. Dann. So. Und Top an. Rechtsauto. Jo. Nachnamen. Schießt bereits. Wo sind die? Oh. 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 Der Wendekreis. Mit kann man doch schon normales 30er Zunge nicht mehr fahren. Oh. 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 ановn. Hell. Oh. Herr hat einfach gar kein Leben. Der ganzen Balken ist leer. Du hast 0,1 Leben hier. Jawohl. 0,001 Leben. Jawohl. Anhetschlüssel! LOL. Auf geht's! Ist, ist hier irgendwo? Ein Raum? Nee, oder? Ist egal, fahren dahin. Durch deine Bergen oder so? wir fahren da trotzdem ich weiß nicht wo die sind google du mal eben und setzt sich ins auto ich fahr okay war der warte ist mich rein ich google mal secret rooms tja moment moment habe ich gleich das ist so wo sind wir waren wir sind obere mittleren bereich und die ist einer wo ist das mitte irgendwo er ist auch gleich schon weg in der zone haben wir keinen oder da hinten dass das einer deshalb auch außerhalb der zone ja da kriegen wir das schauen wir vielleicht noch hier habe ich rechts von uns war gerade auch noch ein fallschirm von einer comeback area und so eine flergern oder gott und getroppt ist ja wir sind hier in hügel der soll unsere ruhe lassen wir weiß den scheiß geilen schlüssel bitte 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 es ist erst die dritte wir ging zwar ein bisschen damage aber es stimmt das ist oh mein gott gut gehabt ja das sollte ich noch ausreichend vom damage und noch nicht komplett sterben erstmals kurz gleich fahrer tauschen kannst du hier mit colas oder worte ich bin ja voll das ist so ein kleines bisschen mit blauen dach ja das machen wir doch alles gut ja die fahrkünste sind ausbaufähig aber naja so bitte ist hier niemand oder wurde noch nicht blutet das ist jetzt mit hier markiert irgendwo ist ja da oben dass da das da jetzt go please 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 nein schon gelootet so sieht es aus ja hier geht der in der schrank weg und dann ist dahinter das zeug schon gelootet die preise hier also der andere war irgendwo hier ja das ist auch aus der bezogen das wird ein bisschen sehr knapp egal sonst von nirgendwo einer nein in der näher keiner das ist das kriegen wir nicht mehr hin das ist das auto ist jetzt auch schon mega dead ich war das die vierte direkt oder die fünfte die vierte da wird es doof versuchen das ist ja ich bin aber sehr nah dran so dann Achtung ich wechsle jetzt was du fahren kannst und perfekt ich habe übrigens nur ein midi-git ist ein bisschen schlecht ich habe noch ich bin auch noch einen schmerzen nehmen ich gehe mich erst mal so hoch auch keine verbände oder so mitgenommen ich hätte was ich habe 24 hoch lehrtaste muss man drücken ja ist dann bremse dann mal wieder tauschen ja 3 2 1 jetzt oh mein gott nicht überschlagen oh shit ein graben jetzt ist es echt noch knapp ja unser auto explodiert gleich siehst du das leben wenn wir gerne auf irgendeinen gegner treffen und jetzt sofort explodiert ja okay ich könnte es vergessen glaube ich wieso ist er gelootet noch qualmen wir nur wir brennen noch nicht mein gott hier ist ein kleiner weg aber das ist unser ding das ist es das war noch gefährlicher aber schneller ja meine markierung das ist es okay ich weiß nicht hinter dem baum vielleicht hinter den weiteren baum dann direkt dahinter ja da 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 ok ich glaube schon mal runter gib mir ein bisschen oh ich sterbe schnell ich muss es in den smoke werfen und ja da machen weil ich bin gleich echt dead ich glaube der ist alleine scheiße ich bin trotzdem tot ne ja ich kann da auch nicht rennen weil der typ ist einfach da der hat auch noch mates links von mir ach kacke die vierte knallt noch nicht aber wir hätten das sogar noch machen können ja wenn jetzt nicht einfach ein scheiß gegner gekommen wäre da hey du hast alles versaut ne fuck you ne ne just fuck you man oder kein log beleidigen war das da wo ich markiert habe ja nein nicht mehr markiert doch doch war das da oder da ne warte mal hier ist nix hier ist nix es ist noch weiter hinten oder doch es ist noch weiter hinten ich habe ich habe reingekackt ja das kann vergessen das kriegt man nicht hin egal mach es noch du hast noch Zeit ach komm du bist eh tot dann gewinnen wir das ding nicht aber wir gucken uns jetzt die scheiß Secret Room an ja man ja man wenn ich nicht noch sterbe aufmicht ey das da auch noch so wichser sind oh man ey wirklich wir haben alles versucht und dann kommt noch irgend so ein Peller und versaut und ist das da ist er direkt vor dir ey wenn das gelootet ist ist das hier die ist noch zu mach auf ah kunst it's a kunst yo hier ist alles wobei selbst AED mega geil ganz viel medis es sind super viele normale Waffen aber es ist trotzdem und normale Waffen halt auch alles ne also BZ Notfall Pickup ist er auch ne hier das kannst du gerauchen ist schon ganz geil aber leider keine Dropwaffen ne vielleicht aber auch nur Anlag ist das C4 ne erstmal nie oh das gibt die heftigste Explosion EU okay die Zeit explodiert jetzt auch noch gut gut wir haben es mal gesehen ey wir haben es gesehen zweimal sogar wow oh man ey ein bisschen Penner dort aber die normale MG ist wirklich nicht so mega geil auf lange Range da ist die MG3 viel viel besser gab es nicht noch eine andere MG ne es gibt nur die beiden ne weiß ich nicht warum ist die immer offline gegangen ach jetzt ist der wieder da nur ein kleiner Leck wahrscheinlich ja gut vielen Dank fürs Zuschauen bis dann tschüss